so herzlich willkommen bei einer neuen runde grounded ich habe einen super zugang gebaut zu dem komme ich gleich hier der sandkasten ist immer so ein problem also ich habe jetzt zwei möglichkeiten für sandkasten einmal also ich packe das schwert mal weg hier wir gehen jetzt hier hinter ich zeige euch mal den weg wie man jetzt in den sandkasten kommt so dazu müssen wir jetzt ein stück gelaufen wir sind hier eine wunderbare umgekippte schaufel die war nicht immer umgekippt die schaufel war mal ursprünglich ein steh auf menschen bis es mal hier unten in der schaufel explodiert ist und dann ist die schaufel schlaff geworden wie so eine kleine schlaffe nudel männer und jungs kennt sich damit aus frauen eventuell nicht so also diesen stein der hier war weil die stand ja so dann müsst ihr mit einer bombe sprengen wie der hier weg damit dann kippt diese schaufel um um es mal ganz leicht auszudrücken so dann müsst ihr diese schaufel hoch gehen gut haben wir die erste aufgabe schon gelöst dann habt ihr hier solche wege hier ist etwas dann könnte ich hier noch ein bisschen futter holen nebenbei wie geht es noch ein bisschen zum knabbern hier irgendwann versteckt dann gehen wir mal hier lang da hinten sind wunderbare bienen so die bienen ignoriert ich mal ganz gekonnt und dann habt ihr hier hinten einen wunderbaren löffel ja den löffel geht ja lang so manchmal da ach die ist ja schon tot okay die habe ich schon platt gemacht interessiert mich jetzt nicht dann geht es hier rauf auch hier das ding war es nicht immer so abgestürzt auch das stand mal in den himmel hinaus also müsste ihr mit mit diesen hammer drauf gehen und dann fällt dieses ding um dann geht er hier auf den tisch so auf dem wunderbaren tisch so das viel geht mir gerade bis auf den nerven jetzt ist der blatt müsst ihr hier aufpassen dass ihr hier nicht unter runter fallen würdet dann habt ihr in irgendein loch ist hier irgendwo schlüsse versteckt und dann müsst ihr finden dann könnt ihr hier ein rätsel lösen dann habt ihr hier ein wunderbares kleines verstecktes labor hier braucht ihr theoretisch was da braucht ihr diese spinnen seitensseide ich muss mal gucken wenn ich jetzt diese viecher hier töte aber meistens unwahrscheinlich so ähm nö ähm ich denke mal die seitensseide muss ich mal gucken wo man die herbekommt ich habe nämlich keine ahnung ist aber auch jetzt unrelevant ihr braucht dafür ein seitensseide ja ähm kann ich das eventuell herstellen erstmal werkbank ähm da fehlen mir diese drei teile ok äh sonst hätte ich jetzt seitenteile herstellen können gut hier könnt ihr übrigens noch was im knabbern da mitnehmen wenn ihr wollt äh dann geht es hier auch noch mal rein ins labor könnt euch austoben da ich jetzt kein seitensseide habe ihr kommt dann direkt darunter auf das teil und könnt dann wieder weiterlaufen aber ich hab ja nicht immer bock hier hoch zu klettern wie ein bekloppt da ich mach es mir relativ einfach und euch hat es mir einfach gemacht für die dauer ich habe einfach da was habe ich einfach ich habe einfach was gemacht so dafür muss ich jetzt wieder hier hin warte mal wenn ich mal hier bin war nicht hier irgendwo dieses versteckte teil ich muss mal gucken genau genau das war der schlüssel dann kann man den schlüssel gleich mitmachen die drei aber was waren das vom werkzeug gewesen der ja so den schlüssel den brauchen wir den nehmen wir mit stimmt das ist der schlüssel von denen ich gesprochen habe gut dann gehen wir dann müssen wir doch nochmal hoch weil dann kann ich euch gleich das mit dem labyrinth zeigen wenn ich sowieso schon dabei bin bei dieser folge mit den sandkasten ja die letzten folgen waren etwas länger weil es ging um das nebel labor da ging es um das teichelabor jetzt geht es um den sandkasten ähm so jetzt müssen wir hier wieder zurück mensch das war jetzt aber zufall wirklich das war zufall gewesen dass ich das jetzt nochmal dass mir das jetzt nochmal spontan eingefallen ist dass jeder schlüssel versteckt war dann kann ich euch gleich das rätsel mit diesen ja mit den labyrinth zeigen so übrigens das stechmücken schwert ist deutlich besser als das katana schwert ihr könnt schneller machen und ihr könnt währenddessen auch eine fackel halten und könnt angreifen beim katana schwert ging das nicht da konntet ihr nur das waren zwei händiges da konntet ihr nur das schwert enthalten und das hat quasi im dreier takt so ähnlich wie so eine art walzer gekämpft links rechts vorwärts oder zurück je nachdem so hat das ungefähr so reagiert und hier könnt ihr richtig schön nochmal reinstechen da in dieser biester die euch da auffressen wollen jo so ich werde mir aber gleich nochmal sicherheitshalber ordentlich bomben bauen ihr müsst super vorbereitet sein bei dem spiel weil es sind doch einige sachen da ich soll noch einige sachen herstellen ja mache ich noch aber erstmal hier eins nach dem anderen so ich gehe mal hier lang das ist ein schönes würfelspiel und dann geht es quasi hier rein in so einer art labyrinth ihr könnt überall lang gehen mit verschiedenen kleinen monsterchen habt ihr noch diese punkte hier wissenschaft könnt ihr auch noch alle abgrasen aber das eigentliche rätsel ist ja eigentlich irgendwo hier hinten ich bin es einmal abgelaufen daher weiß ich das schon dafür dass ich einmal abgelaufen bin habe ich schon wieder vergessen wo es war da hier auch so wieder so so gut lass uns mal in ruhe jetzt haben wir diese truhe hier und dazu braucht ihr diesen Schlüssel den ich gerade gefunden habe so ah mega ich bin jetzt ein mega man gut ähm habe ich jetzt irgendwelchen unnützen Müll dabei den kann ich gleich fallen lassen ähm jo das mache ich gleich mal so das ist alles wichtig und jetzt kann ich einiges an Bomben mitnehmen ähm ähm Bienenpelz brauche ich nicht so jetzt kommen wir ja endlich mal rüber ihr seht schon es wird schon wieder dunkel weil ich hier so lange gebummelt habe so gut gut ähm das werde ich jetzt bestimmt nicht da haben aber ich hatte mit 1 geschafft hier ja ja deswegen runter hier so und jetzt geht es da lang und jetzt muss ich nicht nochmal tauchen oder sonst was dann werde ich mir gleich ein ähm Bett hier so eine Übernachtungsmöglichkeit basteln dann können wir ich habe ja die Werkbank da und ähm und dann ähm kann man am Tag wieder hier schön spielen denn jetzt wird es langsam dunkel jetzt sehe ich ja selber meine Hand vor Augen nicht mehr also ist das jetzt ein bisschen unpassend ich war heute übrigens mit meiner Kleinen heute auf dem Feld mal nach Langen gewesen wir haben den Weg immer ich habe den Weg erst immer vermieden weil ja weil da die Oma gewohnt hat die verstorben ist und ich wollte nicht dass die Kleine die ganze Zeit daran erinnert wird ähm ich muss jetzt mal gucken wo habe ich denn was gemacht jetzt finde ich meinen eigenen Zugang nicht mehr ehrlich jetzt so hm hm das war hier irgendwo der Zugang da ist meine Werkbank okay so jetzt haben wir hier ich werde mal schnell hier ein Bett bauen ähm Bett so offene Zeit okay Blaupause so dann mal gucken jetzt haben wir es 21 Uhr ähm ja die Zeit kann ich jetzt mal kurz abwarten ähm da kann ich jetzt mal kurz in der Zeit was anderes machen ähm ich werde gerne das ganze Inventarfilm machen aber es klappt ja nicht ach ach die Katze gerade auf dem Klo ist ähm ich habe mich gerade gewundert was ist das hier von komisches Geräusch ähm ja also echt jetzt eine klebrigen überzogene Bombe haftet am ersten Auffallpunkt Inventar voll okay ähm Inventar voll so dann machen wir das jetzt mal so euch brauche ich nicht davon habe ich so viele So Nein Gut Shit Oh Welch doof Ich lege mal die 8 jetzt hier aus der Hand raus weil sonst gibt es echt ein Problem Ähm Gut schlafen Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht So ich habe die Zeit genutzt da konnte ich gleich was trinken ähm Ich habe mir jetzt diesen Zugang gebaut hier einmal diese Treppe nach oben und kann jetzt einmal hier hochlaufen dann spare ich mir jetzt andere äh so und dann bin ich da wenn ihr die Seilrutschen nehmen würdet dann würdet ihr hier irgendwo ankommen so das ist jetzt die Folge erstmal wie da vorne kommt ihr denn an wie komme ich in den Sandkasten jetzt seid ihr hier angekommen und dann könnt ihr ins Labor gehen das Labor kommt jetzt in einer weiteren Folge bis dahin noch viel Spaß und Tschüss meine mein Ich bin dein Vater I la 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 love you, ooh. I la 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 love you, yes I do.